. Wir machen jetzt einen geplanten Kaiserschnitt bei Zwillingen. Das ist deutlich vor der Zeit, also ungefähr neun Wochen vor dem eigentlichen Bindungstermin. Und der Grund ist, dass die beiden Kinder folgendes Problem haben. Das sind eine eineige Zwillinge. Die teilen sich eine Plazenta. Und jetzt ist es dazu gekommen, dass die beiden Blutkreisläufe der beiden Kinder über die gemeinsame Plazenta kommunizieren, was vor allem dem einen Kind nicht gut tut. Das ist also eine ziemlich gefährliche Sache. Das heißt, die beiden Kinder sind nicht mehr safe. Das ist wirklich der klassische Fall für ein Perinatalzentrum, also für eine große Klinik mit entsprechender Infrastruktur. Das ist nichts für eine kleine Klinik auf dem Lande. Schauen wir mal kurz. So, die Narkose sitzt. Das sieht schon mal gut aus. Die 31. Woche ist jetzt auch nicht so schlecht und für unsere Kinderärzte machbar, sodass wir uns dazu entschieden haben, die Kinder jetzt mal rauszuholen. Und Gott sei Dank in einer, sag ich mal, geplanten Situation und jetzt nicht als Notfalleingriff. So. Gut, dann fangen wir an. Es ist 8 Uhr, nein 15. So, das ist der kleine. So, Nummer 1 kommt. Der schreit auch schön schön. Ich denke links. Aber ich gucke gleich noch mal. Der schreit auch schön schön. Mal saugen. Verzögert abnabeln. Tuch. Glückwunsch. Warte mal, ich habe gesagt, nicht abnabeln. Ich kann nicht mal zuhören. Nach einer halben. Gut abnabeln. Warte, der erste Boy kommt. Zu innen. So. Saugen. Oh mein Gott. So. Alright. Den nabeln wir gleich ab. Der hat zu viel Volumen. Okay, keine Ohren. Keine Ohren. Glückwunsch. Schöne Jungs. Und Oxi. Der Tisch geht gerade. Jawohl. Ne weh, da ist er. Das war's. Das war's. Schöne Jungs. Danke schön. Der eine ist ein bisschen zart, aber es ist nicht krass, der Unterschied. Und die waren beide fit. Ja. Guti, jo. So, jetzt nehmen wir alles zu, dann haben wir es geschafft. Danke. Jetzt gleich mal noch 10 Minuten. So. Und nach. Das verlief wirklich absolut wie geplant. Also das war eine völlig glatte Zwillings-Sektion. Wir sind gerade mal jetzt 19 Minuten unterwegs und sind kurz vor der Landung. Ja. Alles schön. Mein Name ist Ulrich Thome. Ich bin Professor hier an dem Uniklinikum Leipzig und Leiter der Abteilung für Neonatologie der Kinderklinik. Wenn es eine Risikogeburt ist, dann sind wir anwesend, nehmen das Kind in Empfang und sorgen dafür, dass die Anpassung an das neue Leben möglichst komplikationsfrei erfolgt. Und wir ergreifen dann die Maßnahmen, die nötig sind und lassen die, die übertrieben sind und versuchen das Kind auf diese Weise möglichst gut ankommen zu lassen. Früher dachte man, die Überlebensrate der Kinder ist am besten, wenn man sie möglichst schnell nach der Geburt mit einem Schlauch in die Luftröhre versorgt und mit einem Beatmungsgerät versorgt. Inzwischen hat man festgestellt, dass die Kinder sehr wohl alleine atmen können. Und dass das auch für die Lunge wesentlich schonender ist und Lungenschäden vermeidet, wenn man den Kindern ermöglicht, ihre Atmung selbst zu machen. Das ist dann ein bisschen vergleichbar mit dem E-Bike fahren. Man muss schon selber treten, aber wenn man tritt, dann hilft der Elektromotor. Und so ist das mit unseren Atemhilfen auch. Die Kinder machen, was sie sollen. Die fassen sich jetzt langsam an. Das neue Leben dauert bei Frühchen immer ein paar Minuten. Die Kinder ist wach und guckt. Die Hautfarbe ist schön. Wir gehen in der Regel dann mit dem geborenen Kind, sobald alles stabil ist, wieder zur Mutter. Für noch eine Runde kuscheln und kennenlernen und erst dann auf die Station. Sie gucken… Sie passen an. Darf ich an? Natürlich! Auf hohem Fall. Ja, genau. So eine Unterstützung hat er wohl nicht bekommen. Das ist toll, aber ganz selber Luft. Das macht er richtig prima. Er hat sich gleich tüchtig gemeldet, also alles so. Das ist Nummer eins. Das ist Nummer eins der Kleine. Liam. Alles klar. Dann herzlich willkommen Liam. Ich weiß nicht, wie es aussieht.